Omeni Omeni glaubt, sie könnten sich in der Stadt verstecken. Aber wir wissen, wo ihre Server stehen. Wir brauchen eine physischen Skills. Wir werden die Zugangsdaten bald einsetzen. Aber die werden Leute rausschicken, um unseren Hackversuch zu stoppen. Und du stoppst diese Leute. Bist du dabei? Ja, los geht's. Den haben wir gleich mal getroffen. Wenn man den von der richtigen Position austrifft, dann nützt ihm der Helm auch nichts. Weil ein Schuss in die Fresse bleibt nun mal ein Schuss in die Fresse. Wenn wir nur aufpassen. Oh je, da kommt einer. Den haben wir erwischt. Takedown. So, verlangsam. Fresse. Oh, das ist mal wieder weg. Aber ich könnte doch mal schauen. Ich glaube, ich kann den Fokusboost doch mal einsetzen. Oder da habe ich doch... C2S-Scan hin. Könnte ich auch mal benutzen. Guck mal, ich habe hier einiges Zeug, was ich nie benutze eigentlich. Das ist doch scheiße. So. Der Fokus läuft. Der ist hinüber. Und gleich wieder in Deckung. Tja, was ist das, ne? Wenn ich das nur wüsste, mein Freund. Möglicher Kontakt hier. Da schaue ich mir vor. Ja, ja, guck nur. Guck. Du wirst es nicht bereuen, glaub mir. So. Wieder einer tot. Er hat es auch nicht geschafft, den Alarm zu drücken. Das wird ja am Ende noch richtig was hier. Aber ich freue mich besser nicht zu früh. Ich habe es schon oft genug versaut. Der da drüben steht so ein bisschen abseits. Dann muss ich mal den wohl als nächstes schnappen. So. Fokus läuft. Und der läuft nicht mehr. Wieder Pillen fressen. Wiesste mal. Die hätte ich schon viel öfter einsetzen können. Ich bin es halt so gewohnt, ne? Möglichst wenig Hilfsmittel, nur stupides Ballern! Der hat mich gesehen. Shit! So ein Griff ist... Boah! In meinem auch nicht. Hättest du wohl gerne. So. Der ist weg. Weg. Gibt der heute noch? Na gut, dann werden die halt so weggeholzt. Einer noch. Da drüben ist er. So. So. Da ist er hinüber. Jetzt kann ich den Virus hochladen. Hacken. Und jetzt muss ich die Zone verteidigen. Auch das noch. Oh ne, da ist sogar so ein... Marauder. So ein ganz fetter. Was? Nix gesichtet. Du hast nix gesehen. Ich will es hoffen. Könntet mir schon mal helfen jetzt. Von Sorgen habe ich bisher nix mitbekommen. Oh scheiße. Ich sehe gar nicht woher die kommen. Da ist einer. Oh, das ist eine große Deckung. Verdammte Scheiße. Weg hier. Ja, das ist ja schön für dich, aber... Könntest du mir mal helfen jetzt? Boah! Scheiße! Nein, nicht die Kamera! Verdammt! Ich wollte doch nur den Schaltkasten hoch holen. Irgendwie. Hochfahren. So. Glaubt ihr, wir könnten das nicht? Euch ausschalten? Wofür haben wir denn den Granatwerfer? Das war's. Der ist hinüber. Jetzt fehlt nur noch der Scharfschütze. Ich könnte ja die Bahn hacken, dann habe ich hier Deckung. Das ist voll schlau. Ich hoffe, dass die jetzt nicht noch weiter rollt, weil sonst ist das nicht so schlau. Dann nützt mir das nämlich gar nichts. Doch, hat funktioniert. Sehr gut. Glaubt ihr, wir könnten das nicht? Euch ausschalten? Nur sinnloses Geschwätz. Keine Unterstützung. Gar nichts. Und jetzt soll ich hier warten, oder was? Auf schöneres Wetter. Oder so. Da ist der Sniper. Wieso schießt der jetzt nicht? Toll! Ich hatte so gut den Visier, dann schießt er nicht. Und dann schieß ich doch und dann schießt er daneben. Was waren das jetzt bitte? Der Zip wird stets Vergeltung suchen. Ja. Sind wir jetzt fertig hier? Der Schatten gibt die Lichter aus. Pass gut auf. Blackout. Boah, geil. Aua. Das war keine sanfte Landung. Da Heli ist unterwegs. Ich sollte mir schleunigst ein Auto besorgen. Sonst bin ich hier freiwillig. Das kommt mal gerade recht. Heli hacken. Ich komme zurück. Und weg von den Typen hier. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Ja gut, das war immerhin eine kleine Unterstützung mit dem Licht aus. Ein Polizei. Es wird die Verfolgung aufgenommen. Der Heli ist entkommen. So, hier kürzen wir einfach mal ab. Wird schon klappen. Jawoll. Und der hat mich gesehen. Oder auch nicht. Oh, scheiße. Licht ist wieder an und der Zivilist ist tot. Ah ja, okay. Noch mal rumdrehen. Da kommt einer angefahren. Dann fahren wir halt hier aus der Zone raus. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig, bevor ich wieder erreicht werde vom Heli oder so. Komm, komm, komm. Ich habe es gleich. Könnte auf einem Parkplatz sein. Könnte, aber wusste ich. Ich habe es geschafft. Sofort ein Täterprofil im Umlauf. Das war sehr mutig. Und während Domaini verzweifelt um Erklärungen kämpft, deponieren wir unser größtes Geheimnis. Tief in ihrem Netzwerk. Schlummend. Und anwagend. Doch fürs Erste feiern wir. Bitte passende Garderobe. Hier habe ich M. Passende Garderobe? Habe ich etwa was bekommen? Zusatz-Akku habe ich freigeschaltet. Geil! Und was noch? Sonst nix mehr oder was? Das wäre jetzt cool, wenn es hier noch... Ich glaube, das war eher metaphorisch genannt. Äh, gemeint. Es gibt keine wirkliche Party, oder? Nö. Gibt's auch nicht. Naja, was könnte ich jetzt noch machen mit der angefangenen Episode? Ich könnte doch... Da hingehen. Privatsphäre-Einbruch. Mein früher oder später muss ich das eh alles machen. Dann... Können wir noch gleich damit anfangen. Oder wieder damit weitermachen. So, da ist der Schaltkasten. Aber erst... Oh Gott, das geht ja hier unten durch. Bis hier unten. So. Da lang. Da hinten ist er. Entwiegeln. Am besten jetzt wieder mit Auto, weil... Laufen will ich den ganzen Weg jetzt nicht nochmal. Und ich frage, wie ich hier besser wieder hochkomme. Ah, hier muss ich auch noch entriegeln. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. Jetzt würde ich mich echt zu Tode ärgern hier. Ja, zu Tode ärgern. Ich bin bewusst, dass es diese Redewendung so, glaube ich, nicht gibt. Aber, äh... Ich sag's trotzdem. Warum? Weil ich's kann. So. Eindringen. So kann es nicht weitergehen. Du musst essen. Dazu, ich verstehe. Ich weiß, dass es schlimm für dich war, ihn zu verlassen, aber... Das wird besser. Ich weiß, es fühlt sich falsch an. Ich weiß, das ist nicht dein Zuhause, aber es könnte zu werden. Es sollte zu werden. Nein, nicht. Sag bitte nichts. Lass mich das gehen. Das ist ne Puppe. Bitte. Ich hab Monate gebraucht, um den Mut dafür zu finden. Ich hatte Angst, du hältst mich für krank. Aber das bin ich nicht. Nein, nein, du nicht. Ich bin da für dich. Aber du... Okay, höchste Zeit, das Zeug zu klauen und hier zu verschwinden. Der Typ ist etwas fertig mit der Welt, hab ich so das Gefühl. Er redet mit seiner Schaufensterpuppe, die er wahrscheinlich irgendwo geklaut hat. Der hat bestimmt nicht mal dafür bezahlt. Und jetzt ärgert er sich, dass sie nicht mit ihm redet und so zurückhalten und schüchtern ist. Tja, mein lieber Freund. Das haben Schaufensterpuppen so an sich. Verrückter Hund. Okay. Dann weiter zum nächsten... Sammelobjekt. Ich muss da zum Glück direkt ums Eck. Und ich fahr hier schon wieder direkt zusammen. So. Wie verläuft denn das Ding dieses Mal? Boah, bis da rüber? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Vielleicht komme ich da über die Kamera besser ran. Ja. Entriegelt. Aber das läuft nicht ganz rund. Hier muss ich noch entriegeln. So. Jetzt dürfte die Verbindung hergestellt sein. Nimm dann Selbstverteidigungskurs teil. Ja, das freut mich. Ich könnte dich trotzdem überfahren oder erschießen, wenn ich wollte. Hm? Guten Tag. Und welches Symbol ist das? Okay, also. Ein Symbol, wo draufsteht, Web Explorer. Okay, klick da drauf. Ah, so. Das Internet. Ja, genau. Ich will alle Internets bekommen können, die deine Schwester mir schickt. Okay, gut, Mom. Du, ich bin grad bei der Arbeit und hab wirklich nicht viel Zeit. Okay, ist es schon auf? Du lieber Gott. Mom, okay. Ich versuche dir zu helfen. Sag mir, was du siehst. Ich will nur ein Foto von Mr. Kibbles, das sie mir letzte Woche in den Computer gemacht hat. Äh, ja. Dann raus hier. Ich finde das aber cool, wenn Omis versuchen, ins Internet zu gehen oder mit dem PC umzugehen. Auch wenn es vielleicht nicht klappt, ich finde das sehr sympathisch. So, Untersuchung Menschenhandel. Machen wir das doch noch. Ich werde das jetzt alles so ein bisschen abarbeiten. Was ich hier in der Nähe so finde. Es geht ja immer recht fix. Aber ich bin ja schließlich auch ein Fixer. Oh, ja, der war scheiße. So. Hier rum, da rum. Menschenhandel. Muss man wohl wieder einen Koffer oder sowas finden, ne? Erstmal diese Übergabe unauffällig beobachten. Was hat der hier? Hat Verbindung zu Bluen. Bankkonto. So. Und er ist einer dieser Händler. Wage es nicht mir zu drohen, Darius. Es ist ein... Warte, 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 warte. Weg damit. So geht das nicht, mein Freund. Es ist ein Versprechen, Liebes. Bleib ruhig, man. Bleib ruhig, man. Bleib ruhig, blablabla. Gib mir den Zugang zum Geld frei, sonst ich erzähle der Polizei und du weißt schon was. Hätte wissen müssen, dass du mir so kommen wirst. Ah ja, okay. So. Profiling Aktentasche. Sorry, dass das jetzt so ein bisschen... Ja. Larifari vorgelesen wurde von mir, aber... Ihr wisst ja wie das ist. Diese komischen Blumenagenten haben Vorrang und ich hab keinen Bock, dass mir einer hier ins Spiel eindringt und mich nervt. Früher oder später wird es eh passieren, aber solange ich es vermeiden kann, tue ich das auch. Und ich kann halt nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, das ist ein ganzes Stück weg. Also es geht immer um irgendwelche Menschenhandelsgeschäfte hier. Und dann sieht man immer wieder so kleine Jetverläufe, wie es zu dem Deal kam oder irgendwelche Infos. Da ist die Polizei unterwegs. Allerdings irgendwie über mir, komischerweise. Oder ich hab's jetzt übersehen. Weil wenn das Ding da unten blinkt, dann müssten die doch eigentlich die... das Blaulicht anhaben und die Sirene. Ach, ich vermute schon wieder zu viel. Fragen über Fragen, keine Antworten. Und es juckt auch keinen. So. Hier ums Eck. Was war das jetzt? Ich hoffe, das war nicht wieder so ein Blumenagent. Die sollen mich doch nicht sehen. Oder melden. Sehen können sie mich ja, aber melden nicht. Dann nehm ich ihnen das Smartphone weg. So, und da ist der Koffer. Eindringen. Ah, hier halt so im Zickzack. So. Okay. Scannen. Die gehen ein bisschen. So. 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 Das ist nur ein Mist von der Arbeit. Wir hören uns. Okay, zwei von elf. Mein Geld. Meins, meins, meins. Da ist noch eine Festplatte. So, da fahren wir jetzt hin. Dann sind wir auch recht gut in der Zeit eigentlich. Das ist so die Frage, wie ich da wieder hinkomme. Aber da sieht es schon einfacher aus. Über die Mülltonnen vielleicht und auf die Treppe. Wäre auch noch eine Idee. Aber versuchen wir es erstmal so übers Dach. Das ist ein bisschen offensichtlicher, da komme ich dann auch hin. Naja, ich glaube, das passt so. Na, so nicht. Scannen. Wieder eine Festplatte. So, ist hier noch was? Noch eine Festplatte. Schaffen wir auch noch. Tja, da ist bei den Festplatten... Oh, hier ist wieder Musik. Aha. Das freut mich doch über... Also ich freue mich über jedes Lied, das ich hacken kann. Weil ich genau weiß, dass ich es nicht hören kann. Wunderbar. Ja, und da es bei diesen komischen Festplatten eh keine wirkliche Story gibt, kann man die so ruckzuck nacheinander durchhauen. Einzige Schwierigkeit oder der Kniff ist einfach, dass man die dann richtig erreicht. So. Jetzt aber. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie? Was ist da irgendwo ein Lift? Verpiss dich! Was soll denn das? Ja, was soll das? Genau, lass mich hier in Ruhe. Oder komme ich da mit der Kamera auch dann dahin? Was war das hier? Sprengen, ne, das ist keine gute Idee. Ah, vielleicht komme ich hier hoch über den Hinterhof. Das sieht fast danach aus, als wäre das vorgesehen so. Genau, und jetzt muss ich da rüber. Ha, ist ja wunderbar, wie das klappt. So, über den Lüfter komme ich jetzt hier hin, genau. So. Oh, ich muss ja gleich da sein. Ja, da ist die Festplatte. Scannen. So, wieder eine erwischt. Was könnten wir noch machen? Da ist noch eine. So, eine machen wir noch, aber dann ist wirklich Schluss für heute. Wenn ich schon mal so drin bin, in meiner... Da runterspringen ist vielleicht nicht so gesund. Hättet ihr wohl gerne, ne? He, 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 den gefallen tue ich euch nicht. Zumindest nicht bewusst und so offensichtlich. Aber hier könnte ich, glaube ich, runter. Ja. So, und jetzt da runter. Wieder ins Auto rein und los geht's. Ist ja nicht wahr jetzt, sonst hätte ich das andere Auto genommen. Manchmal sind die Bugs ganz gut. Ich hatte gerade den Eindruck, dass ich da durch den durchgefahren bin. Beziehungsweise ihn überfahren hätte. Tja. Kollisionsfrage... Ne, Kollisionsabfrage, besser gesagt. Adi. So, jetzt gucken wir mal, wie ich da reinkomme. Da hochkomme, da raufkomme. Wahrscheinlich eher von der anderen Seite. Hier hoch, das bringt nix. Ne, geht auch gar nicht. Ne, dann einmal außenrum. Wieder zurück. Um dieses Reihenhaus einmal drum rum. Den kleinen Block. Das ist denn hier übern Parkplatz, würde ich sagen. So. Erstmal hier die ganzen Autos anlitschen. Ah, das macht Spaß. So, und da ist ein Gerüst. Vielleicht komme ich da drüber irgendwie hoch. Oder vielleicht gibt es einen Lift oder irgendwie so. Ich glaube, das geht ohne Lift. Wir sind ja noch gut zu Fuß. Und da ist es auch schon. Noch eine Festplatte. Vier von zehn. So. Da wäre noch ein Verbrechen, aber das ist jetzt egal. Da noch eine Untersuchung. Das ist auch egal. Für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bisschen im Schnelldurchlauf. Jetzt so ein paar Nebenaktivitäten gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.